hey liebe leute herzlich willkommen auf meinem youtube kanal viele haben mich angeschrieben was ich zu meiner freizeit mache was so los ist jetzt versuche ich das auch mal mit dem video ihr seht wir haben sonne eben ist leider der kanal abgebrochen also drückt der markus einfach auf stop anstatt es laufen ist wie gesagt ich treffe mich jetzt mit einem bekannten ist automatisch auch ein fällen wir haben ein projekt vor wie gesagt es gibt immer noch um das thema mobbing was ja nicht so wirklich toll ist wie gesagt ich treffe mich jetzt mit ihm bin mal gespannt was das rauskommt also wie gesagt wenn ihr vor die kamera holt schreibt mir unten in die kommentare einfach dass ihr es möchtet oder schreibt mir eine e mail whatsapp wie gesagt so was muss einfach ans licht und ausführliche links kommt dann natürlich in dem video wo ich dann auch mit eurem problem hinwenden könnt wie gesagt also bis gleich mal und ihr seht und den anderen weg und ich laufe und laufe und laufe hallo ihr lieben ihr seht ich bin auf dem rückweg wir haben jetzt um die vier stunden an dem tisch gesessen diskutiert besprochen aufgeschrieben uns überlegt was wir jetzt machen können wie gesagt man darf gespannt sein jetzt geht es an dem pc und dann schauen wir mal was die zukunft zu bringen wenn ihr natürlich anregungen oder ideen habt marcus dreht doch mal dies video marcus dies oder fragen sie hat in die kommentare einfach mal was eintragen oder schreibt mir eine e mail und dann schauen wir mal was ich noch so machen kann oder ist das kind aber nicht so glücklich naja als wie gesagt alles weitere auf youtube oder facebook